Und herzlich willkommen zu deinem Dwarf, also diesmal auch mit den Eisernen mal wieder. Und was ganz besonderes, ich habe mir den M4 Hybrid hier zugelegt, wie ihr schon seht. Ja, bemalt habe ich jetzt noch nicht groß, Veteranenschild hinten ran, die Augen, eigentlich wollte ich auch den Mund machen, aber das sah irgendwie so geil aus. Ich dachte mir halt, bei den Chinesen der 37er M4 ist ganz geil, dachte ich, ach komm, ich versuch's aus, bei den Italienern, ob mir das auch so gut ist. Ja, das werden wir jetzt gleich sehen. Und ich werde hier erstmal am Spawn 63 Grad gedreht, von dem Tiefen Kreißen. Der meinte, der ist schneller als ich. Der abgebreitet, das erste Schuss, scheiße, aber hier, der Schuss ging auch blöd hin. Okay, dann hat sich der erledigt. Der hat tatsächlich auch die gleiche Muni wie der Premium von den Chinesen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass es gut ist. Warte mal, es ist nicht die Sherman-Wanne von der Weiterentwicklung. Von dem 76W. Haben den Ringen geschossen auf jeden Fall, da hat ordentlich so Sachen kaputt im Turm. Aber was ich natürlich jetzt schlauerweise vergessen habe, war ein Gutschein-Zonen für den Fahrzeug. Das heißt, wenn er so schrott ist, kann ich nicht nochmal einsteigen. Das ist natürlich geil. Gut, die Achter-Achter gucken mittlerweile, weil jetzt die Form war wieder komplett zurück. Richtschützer und Ladeschützer zu verloren, die 8-8. Boah, Atomdrehenkranz. Hier hat die A-Tillerieger zwei Leute rausgebeutzt. Ja, Tiefenreißig, falle die ganze Zeit schön durch meinen Schuss, das ist richtig gut. Aber der M4 ist beschäftigt, linke Seite. Wenn der 18-8-8 ist, vermutlich muss ich sich reparieren, dann kann ich doch mal versuchen, fortzuholen. Ach du Heiliger. Hä? Der hätte doch sitzen müssen, wie der Schuss. Warum hat der es nicht? Eingartig. Der M4 geht nicht hierher. Ich weiß nicht, ob ich rüberschießen kann, was natürlich nicht gekült hat. Oh, Schütt. Ja, Scheiße, ey, es war auch beschissen. Ich fahre auch hier auf der Seite überhaupt nicht gerne lang. Warum habe ich das getan? Ich dachte mir gleich, ich fahre da nicht lang, aber ich tat's. Ja, war natürlich ein beschussener erster Start mit dem Panzer. Geil. So, dann fährt das Ding nochmal. Ich hab' das nicht gebraucht. Einmal Lebyachtachter noch? Ja. Schuss aus der Hüftzeit geklappt Für mich läuft die Runde immer wieder wie durchfallend Ernsthaft kein Durchschlag Okay, jetzt soll ich ein Truppenleben Also ich mache gerade viel, ich schlage gerade nichts und alles Das läuft doch richtig, ich muss das sagen Du willst ja auch die stärkere Muni ab, gerade von denen Ich muss ja noch gleich Ich muss das versuchen, das wird sonst nichts Das verstehe meiner, warum der jetzt hier unbeschädigt war, ich verstehe es nicht Ich habe in die Front geschossen und der Schuss ist so da unten im Wasser explodiert und zieh unbeschädigt Haha Ist ja von der Front abgepottet und ins Wasser geknallt Da kann ich ihn abziehen Ja Ja Okay Jetzt ich versuchte ja auch davon ein Leben zu reißen bisher dachte abgelenkt ich kann ja auch nicht sehen ich sehe sie nicht aber auch im Dürcher muss man sagen mit einem 3 Siebener gegen 4 3er ist natürlich auch kein fairer 4 Sieben 4 Sieben sogar ja früher kritisch gezogen die Geschichten sind in Position ja scheiße jetzt kommt ihr angefahren fuck naja 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 ich bin raus und du willst du mal grillen ja ich bin ganz tot es gibt 3 Abschüsse und 7 Abschüsse würde sagen super Runde ja aber auf jeden Fall ein schlechter Start für den Panzer aber gut dann wird die nächste Stunde besser bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss